Also ich habe meine Bewerbung im Online-Portal abgegeben und habe dann kürze Zeit später schon die Einladung zum persönlichen Bewerbungsgespräch halten. Das Bewerbungsgespräch ist in einem Durchlauf abgelaufen, mit meinem tieregeregten Vorgesetzten und dessen Vorgesetzten. Mein Bewerbungsgespräch war eigentlich unkompliziert. Ich bin gekommen, es war glaube ich alles freundlich, man hat sich gleich daheim gefühlt. Also das Forschungsgespräch war sehr angenehm, es war persönlich, es war ganz locker. Beim Gespräch habe ich mir gedacht, ja gefällt mir eigentlich ganz gut hier und ich habe direkt eigentlich das familiäre eigentlich übermittelt bekommen. Besonders wichtig war für mich die Facebook-Seite des Unternehmens und die Homepage. Also ich habe mir Informationen eingeholt und habe auch im Bekanntenkreis gefragt, die schon hier tätig sind, welche Informationen für mich wichtig sein könnten. Ganz wichtig finde ich, dass man einfach immer so ist, wie man ist. Einfach authentisch sein, ehrlich sein und ja nicht spät kommen. Nicht gleich beim ersten Mal.